An alle, die oben stehen, reicht eure Gier? Ans Mittelfeld, das war's noch lange nicht. An alle, die unten drin hängen, noch ist alles möglich. In dieser Liga erwarten dich mehr Fans als je zuvor. In dieser Liga fallen mehr Tore als je zuvor. In dieser Liga herrscht der härteste Abstiegskampf Europas. Aufsteiger werden in der Rückrunde gemacht. Absteiger auch. Die dritte Liga ist zurück, ab 24. Januar, live bei Magenta Sport.